Hallo und herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Das ist einfach mal, schenke mal jemandem Zeit. Denke nach, bei wem hast du dich zum Beispiel lange nicht mehr gemeldet, mit dem müsstest du mal wieder Kontakt aufnehmen oder wem hast du schon ewig versprochen, mal was zu zeigen, was einzurichten, mal was weiterzugeben. Es können deine Eltern oder Großeltern sein, die du mal ein elektronisches Gerät einrichten wolltest oder eben Freunde, Bekannte, die du einfach mal wieder treffen müsstest und die heute dafür Zeit nehmen kannst. Oder falls du dazu überhaupt keine Zeit hast, dann hilft es auch schon, dich zum Beispiel mal zu melden und den Personen zum Beispiel eine handschriftlich geschriebene Postkarte oder einen Brief zuzusenden. Also das, was du für gewöhnlich nicht machst, weil du eben nicht die Zeit dafür nimmst. Also die Idee heute ist, schenke einfach mal einer oder mehreren Personen etwas Zeit, indem du sie triffst, indem du ihnen was erklärst, was über was du besser weißt, was sie oder besser bringst. Und ich würde mich freuen, wenn einige mitmachen und wünsche eine schöne Adventszeit für die restlichen Tage. Vielen Dank.